Ja hallo mit O liebe Nerdlinge, weil das Photoshop Video so gut angekommen ist beim letzten Mal hab ich mir gedacht, ich mach jetzt noch einen zweiten Teil und hab dafür nochmal 5 ComicTuber rausgesucht bei denen wir jetzt hinter die Kulissen schauen I am Nerd und schon sind wir in Photoshop drin und ihr seht, wir haben nochmal die letzten Kollegen hier die ich beim letzten Mal behandelt habe quasi den lieben Nico dann den Ingo die Ariane den Blood den Michael und den Cain und ja hab jetzt nochmal ein paar neue rausgesucht die wir heute mal ein wenig durch Photoshop durchjagen und wir fangen mal direkt hier vorne mit dem ersten an und da hab ich mir gedacht wenn ich ja schon die Kollegen hier durch den Filterjagd ja mit der AI irgendwie bespiele dann sollte ich natürlich auch dabei sein irgendwie sonst wirft man mir hinterher noch vor dass ich ja mich da rausnehme und das möchte ich natürlich nicht und deswegen starten wir heute mal mit mir und dann kommen noch ein paar ganz nette Gäste von daher wir werden sehen ja ihr seht mein Regal ist hinter mir ich hab die Arme schon oben und es kann losgehen quasi Photoshop ist bereit ich fange direkt mal damit an das ganze Thema hier so ein bisschen zu vergrößern und ja bin diesmal hoffentlich ein bisschen besser vorbereitet als beim letzten Mal und starte erstmal hier unten ich glaube in die Breite müssen wir da jetzt nicht unbedingt gehen da wird es dann halt nicht viel mehr anderes als Regal geben wahrscheinlich obwohl bei mir ich hab halt diese vier Billy Regale und daneben kommen dann auch schon Wände auf der einen Seite ist Fenster auf der anderen Seite ist so ein ehemaliges Fenster das ist so eine durchreiche das wird Photoshop aber nicht hinbekommen deswegen füllen wir jetzt einfach mal hier und wir sehen also da hat er doch das gute Shirt richtig gut ergänzt also da sieht man ja fast gar nicht dass das dass das so nicht zusammengehört nice muss ich sagen also hat was ne Jeanshose geht für mich auch klar ich hab zwar aktuell keine mehr ähm aber ja gut das ist in Ordnung hier unten wird es natürlich ein bisschen wild jetzt da habe ich auch anscheinend einen toten Dachs versteckt oder so ich weiß nicht was dahinter das sieht aus wie so ein so ein Dachs oder wie heißen die anderen hier Rocket der kriegt immer so viele andere Namen dass ich jetzt nicht auf das Tier komme Waschbär Waschbär heißt er da unten habe ich nochmal eine alte Palette irgendwie versteckt die da eigentlich nicht reingehört was zum Henker haben wir hier was ist da los guck mal die hat er doch also relativ gut ergänzt noch ne also man sieht zwar dann natürlich dass die Buchrücken ein bisschen verschwommen sind aber also ich muss sagen fällt jetzt so auf den ersten Blick nicht auf ne dass das ähm dass das nicht richtig ist aber was ist das ach da habe ich vergessen das hier weg zu machen das ist halt dieses dieser kleine Abo-Button den es ja da immer noch ähm auf den Kanälen gibt da scheint ein Eichhörnchen verreckt zu sein ich weiß es nicht ähm aber wir machen mal weiter ich habe ja noch ein bisschen mehr an den Beinen und mal gucken ich bin nicht so groß ich hoffe der kriegt das hinten bin ja ein kleiner Mensch eher und dann machen wir jetzt hier mal weiter mal gucken wie der Fußboden aussieht ich denke mal der müsste jetzt kommen und äh bin sehr gespannt obwohl ich habe jetzt natürlich gar nicht ähm das andere noch ausprobiert ne ich breche nochmal ab ähm habe jetzt gar nicht geguckt wie die wie die anderen Möglichkeiten da aussahen so wir haben ja nochmal drei oh das sieht nicht schön aus obwohl er da Comics besser ergänzt hat und obwohl da auch irgendwas wächst ähm die Hose sieht aber nicht sehr schön aus aber auch hier das T-Shirt wieder ganz okay und da sind wir nochmal ein bisschen anders mit einer schwarzen ich weiß nicht was das da habe ich extreme Reiterhosen ich muss sagen da gefällt mir das tatsächlich am besten ihr könnt ja auch gerne mal äh abstimmen dann zum Schluss aber wir machen wir machen dann jetzt hier mit einfach weiter weil ich glaube das passt schon ganz gut soll ja am Ende auch nicht äh zu verrückt aussehen ne deswegen nächste Füllung da habe ich aber ganz schön lange Beine da muss ich ja mehrere Knie drin haben äh da unten ist das Regal auch ordentlich zu Ende nicht schlecht muss ich sagen auch wenn da also da schimmelt es wahrscheinlich das äh sieht schon so aus also da ist da liegt ein toter Fisch so wie es aussieht ähm gucken was jetzt nur die weiteren Möglichkeiten gibt oh die geilen Schuhe das passt glaube ich von der Größe her fast ein bisschen besser und da unten das sind das mein Lesestapel Freunde hier könnt ihr meinen Lesestapel sehen da liegt alles quer drinnen das ist schon mal sehr gut und da ne das ist ähm was zum ist hier passiert also hier ist äh geht's ganz ab und hab auch hier meine Knie ja Oberschenkel doppelt so lang wie der Rest vom Bein das kann es nicht sein deswegen also mein Favorit wäre dann glaube ich das hier zwar auch recht lange Beine aber äh obwohl warte mal da hatte ich ah ne da war der Lesestapel die Schuhe die passen aber da passt die Hose ziemlich gut ne vielleicht mache ich da nochmal ein paar andere Schuhe das müsste doch auch gehen ich versuche das mal ob ich das jetzt hier einfach ändern kann ach jetzt verstößt da wieder was gegen die Benutzerrichtlinien das machen wir einfach nochmal was soll das das sind Füße stellt euch nicht an wieder ähm vielleicht muss ich das anders machen so zack jetzt versuchen wir das nochmal wenn nicht dann behalte ich die Schuhe halt ne dann kommen wir da nicht drum rum ah na bitte aber auch hier ist wieder was entfernt worden waren nicht alle Varianten eine Variante ist da geblieben keine Ahnung was was Photoshop da hat also ich wollte nur ein anderes Paar Schuhe haben da habe ich auch sehr kleine Füße das passt zu mir ich habe ja wirklich kleine Füße hey aber so insgesamt hier unten ist es dann vielleicht ein bisschen zu lang das können wir weg machen da ist ja keine Kante bei mir also ganz okay oder würde ich sagen geht klar also das mit dem Lesestapel unten im Regal finde ich auch ziemlich heiß also das ist das macht schon was her so ähm dann gehen wir mal zum nächsten Kollegen rüber schauen wir mal wer es ist der liebe André Team Comics Fan 86 von dem kennt er ja auch die Regale der baut ja da häufiger mal um und hat ja auch alles neu gemacht und macht dann immer seine seine Putzsendung wo er die schwarzen Regale abstaubt ja schwarze Regale immer schwierig da sieht man jeden Krümmel drauf so auch hier habe ich eine schöne Position äh gefunden wo wo Photoshop keine sechsfingerigen Hände machen kann und hier brauchen wir glaube ich auch erstmal nur nach unten gehen ähm gucken was er was Photoshop da jetzt aus dem Hoodie da habe ich doch also das Moment das muss ich jetzt aber noch mal hier äh bearbeiten so weil das hatte ich doch eigentlich vorhin schon gemacht aber gut zack einmal vergrößert und dann wollen wir mal da ran ne gucken was äh Photoshop da jetzt hindengelt verlängern wir André hohoho geil den Hoodie in der Hose André das ist ja schon mal also Respekt muss ich sagen aber hier auch wieder schön grün alles in den Regalen Figürchen davor kann man erahnen nicht verkehrt muss ich sagen was haben wir da aber das ist ja so so Hemd mäßig das modern trägt man das heute so Bonsai oder was ist das das ist ja verrückt und da haben wir ja das sieht schon so ein bisschen Hoodie mäßiger aus muss ich sagen ist ja André ist ja auch sehr groß von daher passt das vielleicht ich glaube das obwohl hier hatte Handtücher im Regal liegen das fällt mir jetzt nicht so gut das ist schon das ist schon ziemlich krass jetzt ne hier den Hoodie in der Hose und dann der der Gürtel dabei Geil André verzeih mir aber das nehme ich jetzt das muss ich jetzt leider das muss ich jetzt leider nehmen und deswegen machen wir das jetzt noch mal länger wir brauchen ja auch den Rest von deinem Körper wie gesagt André ist sehr groß ich glaube wenn wir nebeneinander stehen würden und Selfies machen würden dann würde man wenn man Andrés Kopf sehen würde wahrscheinlich nur hier den oberen Teil meiner Kappe sehen und andersrum vielleicht dann maximal das Kind vom André das wäre wahrscheinlich ziemlich crazy aber schauen wir mal was jetzt hier dabei rumkommt wenn wir das füllen oh das hat auch nur so knapp bis zu den Füßen gerecht auch da ist das Regal wieder zu Ende unten ich finde die Füllung auch okay soweit aber das hier das also der Teppich ist ziemlich hässlich André das muss ich muss ich dir leider sagen gucken wir mal was wir sonst noch an Böden haben da wird es ziemlich dunkel und geht auch hier mehr ins Rote ok ok ja da ist also hier ist irgendwas richtig ausgerastet hab ich das Gefühl gucken wir mal ich glaube das sagt mir alles also das ist jetzt nicht so verkehrt mit dem ich würde aber gerne noch einmal generieren vielleicht ist da noch mal was Besseres mit dabei ansonsten würde ich wahrscheinlich mit dem gehen das ist ganz okay oh da hier im Werkzeugkasten oder was ist da am Start guck mal das doch da hat er noch mal ein paar Schubladen da kann man noch mal Figürchen oder was reinpacken sehr lässig aber leichte beinprobleme O-Beine würde ich sagen das ist schon ein bisschen crazy und da ist das jetzt haben wir sehr kurze Beine da ist aber auch was schief gegangen guck mal da tut der André immer nur so als wenn er groß wäre dabei hat er sehr kurze Beine ne ich glaube dann gehen wir tatsächlich mit dem dann mache ich das jetzt noch mal ein klein bisschen länger damit wir die Schuhe auch vollständig drin haben so das müsste ja dann da reichen und dann sollte das eigentlich passen mit dem Boden finde ich jetzt auch okay ich fülle das noch mal Alter was denn das haben wir jetzt für Clowns Schuhe und da ist auch schon wieder was entfernt worden ich also ich verstehe es ja nicht aber zwei Sachen haben wir immerhin zwei Vorschläge ja gut die Schuhe die sind ein bisschen spitz aber die scheinen mir doch von der Länge her stimmiger zu sein und da haben wir dann den André guck vor seinem Regal super so sieht es unten rum aus ein Hoodie in die Hose zu stecken ist ja schon 80er irgendwie das ist ja das hat man ja als Kind da wurde einem ja auch noch das Sweatshirt in die Hose gesteckt aber nett war das nicht das war wirklich nicht nett guck mal also das sieht doch also so sieht es dann unten beim anderen im Regal aus und er hat so einen lustigen Kachelfußboden fein damit gehen wir doch d'accord würde ich sagen so wen haben wir denn als nächstes schauen wir mal rein und da ist der Andreas von der Comic Couch ne Comic Club Entschuldigung nicht Comic Couch Comic Club heißt das Ganze ja jetzt jetzt habe ich also da eigentlich habe ich jetzt schon keine Berechtigung mehr das noch zu machen Cthulhu hat er als Poster an der Wand im weißen High-Stil ja also da brauchen wir glaube ich an den Seiten auch nicht viel machen das heißt da können wir einfach nach unten gehen und hier schon mal schön loslegen ich mache mal vorsichtshalber ich mache mal falls ich das hier auch nicht gemacht habe kleine Anpassung so dann packen wir das mal hier an wie sieht es denn da aus was ist denn hier passiert also das Mikrofon hat er ja völlig zertrümmert die Tür sieht gut aus also und auch das Regal unten hier abgeschlossen allerdings da scheint immer ein bisschen Verpackungsmüll zu landen und das hier verstehe ich gar nicht da trägt Andreas wohl einen Rock naja über das Mikro was ist das ein Rucksack noch der da dran hängt oder eine Jacke drüber gehangen das ist ja nur so semi gut muss ich sagen also ich mache ihn mit dem Rock warum nicht also das kann man kann man ja durchaus jetzt ist das Geheimnis gelüftet da ist eine kurze Hose am Start aber das Mikrofon hier also das Mikrofon hat es zerlegt und anscheinend ist es hier auch hat er hier noch ein Bio-Projekt stehen das sieht ja so ein bisschen so sehr strange aus was haben wir denn hier warte mal da fehlt aber einer das gefällt mir aber jetzt tatsächlich gar nicht hier ist aber auch sehr dunkel ich glaube da da hat Photoshop vielleicht das ein oder andere Problem mit aber ich generiere jetzt nochmal und bin gespannt ob es da vielleicht nochmal ein bisschen besser wird ja das sieht doch schon schöner aus ich sage also gut das Mikrofon ist jetzt nicht der Burner aber gut da kann halt sonst was stehen hier auch wie bei allen irgendwie in den Ecken ziemlicher Schund aber auch hier ne alles nur reingeworfen also mit Ordnung haben wir es alle nicht so ne was ist da passiert da sind ganz merkwürdige Auswüchse unterwegs und da sind wir nochmal mit der kurzen Hose das gefällt mir eigentlich nicht schlecht also naja also so semi mir gefällt das hier ziemlich gut das gefällt mir wiederum so gar nicht und das Mikro ist es scheint zumindest irgendwie auf so einem Ständer zu stehen ich würde da jetzt tatsächlich vielleicht nochmal ran aber ähm ich würde das hier lassen das gefällt mir an sich schon mal ganz gut so das heißt ich generiere hier nochmal und vielleicht kann ich auch hier nochmal generieren oh ne warte mal das war jetzt nicht so gut ich lasse das mit dem Mikro auf jeden Fall schon mal so so und dann machen wir das hier nochmal ein bisschen mehr und jetzt gucke ich mal ob ich das einfach generieren kann oh durch das Dunkle sieht man das jetzt nicht so schade ein bisschen aber hey ich lasse das jetzt oder warte mal was gibt es da noch alternativ da haben wir das noch und das ja ich finde das glaube ich okay ich weiß zwar nicht was das hier unten sein soll warum das Regal da weiter geht aber ich meine wir wollen jetzt mal hier nicht päpstlicher sein als der Papst das unten hier geht für mich klar aber ich finde es halt mit den Hosen ziemlich stark also das gefällt mir schon ziemlich gut und deswegen gehen wir damit weiter nachdem wir ja beim letzten Mal den Cain irgendwie im Schneidersitz hatten müssen wir hier auch noch was cooles haben und ich sage euch kurze Hose ist immer cool vor allen Dingen wenn die Beine schön weiß sind was Fehler es ist doch immer hat denn hat denn Photoshop Fußrichtlinien was ist denn das immer warum hat denn das so Probleme mit Füßen jedes Mal das gleiche hier ich einen Versuch machen wir jetzt noch hier ist doch unfassbar ja ich verstehe es nicht bei Ariane hatten wir letztes Mal schon so Probleme dass wir keine Füße machen konnten die sind wir auch schon wieder was ist denn da los ich versuche mal was anderes also Photoshop scheint ja wohl echte Fußprobleme zu haben so das ist vielleicht ein bisschen heftig aber ich versuche da mal zu generieren ne also Photoshop und Füße ne vielleicht möchte er weil nackte Beine sind auch nackte Füße machen und sagt aber ne nackte Füße geht nicht aber dann auf die Idee zu kommen komm ich mach was mit Schuhen ja das verstehe ich nicht das ist schade aber gut ähm tut mir leid Andreas ich hätte noch eine Idee vielleicht wenn ich zumindest hier erstmal den Raum befüllen würde das zumindest geht ja keine Ahnung Benutzerrichtlinien also da muss ich mich mal ganz klar beschweren jetzt kann ich da noch nicht mal mehr draufklicken also was ein Bullshit das also das nervt mich jetzt tatsächlich ein bisschen sehr ähm was da mit den Benutzerrichtlinien für ein Problem sein soll also da ist ähm doch irgendwann nicht in Ordnung ihr nehmt uns den Spaß gut aber okay äh Andreas ihr seht ähm großer Fan von kurzen Hosen ja äh beim Comic Club hieß er nicht früher Comic Coach bevor er Comic Club hieß äh aber fein das ist doch schon mal was also aber trotzdem crazy dass das da gleich oh warte mal wenn ich jetzt eine andere Hose nehmen würde äh ob Photoshop dann gewillt ist äh hierbei dann was zu machen weil da ja Kleidung vorliegt ich versuche ich mache nochmal einen letzten Versuch und dann äh ja sonst springen wir zum nächsten ja also keine Ahnung kein Plan was das soll Richtlinien ansehen ey also das ist doch ganz im Ernst ne völlig also kompletter Bullshit halt auch ne weil ich ähm ich mache ja also ich mache ja sowieso gar nichts Photoshop verstößt also selber gegen die eigenen Richtlinien was ja halt kompletter geistiger Durchfall ist ähm ja sorry so gehen wir zum nächsten Andys Comic-Bud da haben wir da Blade of the Immortal Deadly Class hinten im Hintergrund äh großer Cross-Cult-Fan offensichtlich hier haben wir einiges an Figuren da hinten geht's auch noch rum das finde ich auch schon sehr interessant ähm da würde mich ja mal interessieren was da hinter dieser Wand sich noch befindet oder ob das das dann halt so da zu Ende ist ähm das wäre ja auch schon interessant aber da kann uns dann Photoshop leider auch nicht weiterhelfen ähm aber wir werden jetzt mal gucken äh vielleicht machen wir hier mal tatsächlich das Ganze nochmal ein bisschen breiter damit der lieber Andreas auch in der Mitte ist na muss ja alles hier seine Richtigkeit haben ähm deswegen generieren wir mal was dort sich an der Seite noch befindet schauen mal ja whatever da hat er noch ein Pizzakarton was auch immer das ein oh das sieht das sieht nicht schlecht aus da haben wir so Vitrinen mäßig da ist aber auch irgendwas ziemlich schief gelaufen ich glaube das hier passt schon irgendwie ne das ist auch wenn ich weiß nicht was da los ist aber das ist schon schon okay für mich auf jeden Fall so gucken wir mal der Andreas sitzt ja normalerweise ähm glaube ich wie viel André Andreas Andreas ganz schön was los hier also die heißen ja alle gleich dann müssen wir dann hinterher nochmal jemanden haben der anders heißt anders also nicht Andreas oder André der heißt dann anders verrückt aber gucken wir mal wie das äh unten aussieht ne also diesmal kann er ja ich vielleicht sitzt er auch am Tisch wer weiß dann sparen wir uns auf jeden Fall die Füße ich verstehe das mit der Fehlermeldung nicht das macht mich ganz verrückt ah da sitzt er doch auch am Tisch aber der Tisch gehört auch mit zum Boden das ist ja crazy und da hat er irgendwas vor sich liegende Zeitung bastelt vielleicht auch gerade beim Erzählen oh die Arme finde ich echt also jetzt sehen wir natürlich keine Finger noch nicht aber bisher sind die doch ganz gut geworden mal gucken wie geht es denn hier noch weiter was Schnittsarbeiten offensichtlich haben wir auch schon in die Hände am Start das ist ja cool ok ihr seht aber hier ist wieder so ein leichtes Handproblem wobei die jetzt eigentlich ganz ok ist da hat er eine Uhr oder irgendwas da ist mit den Tattoos auf jeden Fall was richtig schief gelaufen es ist doch fast schon ok Mensch Andreas das wäre für mich eine schnelle Runde also ich finde das jetzt gar nicht verkehrt weil ich glaube wir werden dich auch nicht hinkriegen dass du Beine hast an der Stelle weil du halt auch schon so ein bisschen die Haltung dazu hattest ich glaube das das macht schon Sinn dass da auch dann tatsächlich der Tisch ist hier liegt viel Gerümpel ich würde das vielleicht noch einmal neu generieren lassen vielleicht kriegen wir noch mal was lustiges aber ansonsten würde ich glaube ich mit dem Ding gehen dann wäre das wirklich schnell gewesen ja also da da ist richtig schief gelaufen ganz straight da ja ne das ist eigentlich fast auch ok aber ich weiß nicht was das hier sein soll ähm ich glaube da bleibe ich dann tatsächlich bei dem hier weil das könnten auch so Comicseiten sein oder so ja da ist er spitzt er sich gerade im Bleistift an um da weiter zu malen arbeitet Andreas am eigenen Comic bin ich doch nicht verkehrt hoch was habe ich jetzt getan ich wollte nicht generieren ich wollte nur kleiner machen damit man alles sehen kann so ähm wunderbar so und jetzt kommt noch unser letzter Gast auf ähm mehrfache Anfrage habe ich jetzt äh die Legende mit reingenommen den Limcrate ich habe ein Screenshot äh genommen wo er mit Hemd ist das ist äh jetzt wissen natürlich viele wie sein sein Kämmerchen aussieht sein Archiv ähm weil er da ja auch kürzlich eine Roomtour gemacht hat aber wir wollen doch trotzdem mal schauen was er denn da zu dem Hemd trägt das ist ja für uns auch interessant ne also wie es da jetzt rechts und links aussieht kennen wir schon ähm das heißt wir können da jetzt einfach ganz beruhigt nach unten arbeiten guck mal da hat er doch auch wieder das nicht so gemacht wie ich das wollte so zack ich muss sagen dass Crayton tatsächlich auch meine erste Testperson für die Photoshop Geschichte war da hatte ich schon mal ein Screenshot gemacht und da sind tatsächlich auch ein paar gute Sachen bei rausgekommen ähm aber den hatte ich jetzt in dem im ersten Teil noch nicht mit drin ne aber da haben ja tatsächlich einige nachgefragt wo denn jetzt Crayton wäre deswegen bekommt ihr den natürlich auch ja also bitteschön da sind die Hände schwer gebrochen das Hemd sieht gut aus ne auch die Ärmel was da mit den Helmen los ist ihr weiß es nicht und warum er eine lila Hose dazu tragen muss das weiß ich natürlich auch nicht ähm aber wir gucken mal da ist der Oberkörper gleich ein bisschen kürzer geworden da ist die Erklärhaltung angenommen worden eine graue Hose graue Hose kann ich auf jeden Fall wesentlich besser mitleben als mit einer lilan und da steht er ein bisschen ja wie sagt man so schön wie bestellt und nicht abgeholt ähm aber ich finde die Ärmel tatsächlich auch gar nicht so schlecht ne also das hat er also das ist schon gut geworden ich weiß jetzt nicht ob es mit dem Bauch passt weil er ja doch ähm da einiges gegen tut also jetzt wäre ja eigentlich ein Livestream ganz gut dann könnte man abstimmen welches man nimmt also das scheidet für mich aus weil die Hände sind natürlich eine Vollkatastrophe was ist da das sieht ja aus als wenn sie ihm dann noch eine Babyhand angenäht hätten das ist ja verrückt und hier ist ja auch alles äh außer Rand und Band da ist ja da könnte man noch sagen ja durch die Bewegung ne haben wir da eine Unschärfe deswegen kann man das nicht so genau erkennen ähm aber ich glaube das gefällt mir tatsächlich am besten deswegen werden wir hier nochmal weitermachen und drauf hoffen dass die Hände diesmal nicht so verkackt sind am Ende so huch da habe ich jetzt ein bisschen viel glaube ich gezogen wie konnte das passieren wie konnte das passieren so da oder ne das machen wir mal ein bisschen kleiner aber das ist doch ein bisschen viel ne das ist etwas lang das machen wir doch nochmal ein bisschen kürzer aber ich hätte jetzt gerne schon den kompletten Unterbau ähm damit wir da direkt Füße mit dabei haben sonst rast die aus wenn dann nochmal diese Fehlermeldung kommen los geht's ja hör mal das ist doch super eben keine Ahnung was hier liegt Hände sind relativ okay ja Junge was haben wir hier zur Auswahl das ist auch okay oder ist der Ansatz dass da zu viele Finger sind schon gegeben auch hier keine Ahnung was das hier sein soll aber die also hier finde ich die Hände nicht verkehrt ähm ich glaube da machen wir hier unten das generieren wir nochmal was die Füße angeht so und dann ist da nämlich auch zu Ende äh ich versuche das jetzt einfach nochmal ja Photoshop hat Füße gemacht ohne zu meckern gut da sind jetzt die Beine etwas sehr kurz das ist doch auch wenn du ein bisschen komisch zählst ne aber na gut so da sind wir nochmal mit an auch wieder so ein bisschen kurz die Beine ne wohl noch länger als das geht eigentlich wenn du ein bisschen ja aber Leute also die Hose geht voll klar würde ich sagen da haben wir Creighton vor seinem Regal und ihr seht wohin das geht ne also da unten äh steht auch noch einiges drin und da würde ich sagen das ist auch ganz wunderbar und ihr schreibt jetzt am besten mal direkt in die Kommentare welches euer Favorit war ich klicke sie nochmal alle durch ähm da wäre ich gewesen auch nicht dünn ne so wie das so gehört dann haben wir den André mit dem Hoodie in der Hose Andreas ohne Füße leider sorry aber da hat Photoshop nicht mitmachen wollen der nächste Andreas der äh hier an seinem an seiner Werkbank sitzt ja an seinem Zeichentisch wo er dann äh an seinem Comic arbeitet oder was auch immer macht ne Verzeichnung und natürlich Creighton vor seinem Regal im Anzug wunderbar was gefällt euch am besten in die Kommentare und ihr wisst ja wenn es euch gefallen hat dann gerne ein Abo da lassen und ne auf die Glocke klicken damit ihr über die nächsten Videos informiert werdet und in diesen nächsten Videos könnt ihr ja vielleicht noch ein dritter Teil sein ne und wenn ihr da Vorschläge habt wen ich ja das nächste Mal mit reinnehmen soll und wen ihr sehen wollt oder beziehungsweise wessen Hintergrund ihr sehen wollt dann auch in die Kommentare und ansonsten sind Daumen gerne gesehen wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin Tschaui und dann